Verdammt! Lass mich einfach in Ruhe! Ich muss wissen, was du weißt. Lass hören! Warum hat Cortifex meine Erinnerungen gelöscht? Warum war ich ihm überhaupt wichtig? Du warst Teil seines Clans. Ein Mitglied der königlichen Linie. Du warst seine Brautzer Axis. Seine Germanen. Niemand war ihm wichtiger. Nein, es kann nicht wahr sein. Ich bin nicht wie Cortifex. Wenn du die Wahrheit nicht verkraften kannst, dann sterb! Du merkst nicht! Das läuft völlig verkehrt! Nein, Professor! Durch das Gesieben des Echos reparieren wir den kaputten Spiegel und gehen unser Axis mit Erinnerungen zurück. Keimling-Soldaten! Ladet die Spiegelhelden auf! Eure sogenannte Wunderwaffe! Ich verschlüssel! Ich verschlüssel! Widerst du nicht weiterkommen sollen! Wir hätten nicht herkommen sollen! Zurück, Herzen Hirn! Das war's. Und? Reischer, was? Die Wärtsbett, halt die Klappe! Lass mich in den Ohr! Die Spiegelhälften sind aufgeladen. Lockt es, ich hab jetzt nie. Hey, dafür bist du grad! Was hast du so gewaltt, Quatsch? Du bist so gewaltt, Quatsch! Verdammt, was war's, wer ist? Jetzt kannst du meinen Aufwand abhalten! Zerf, ob sie so lange so beteiligt ist! Meine Maske ist kapaliert! Jetzt kapaliere ich euch! Maximale Munition! Du bist so gewaltt, Quatsch? Da ist sie zusammen! Du bist so gewaltt! Usses, weißt du ja, wie Bergkow! Ich bin wirklich nachdem. Wunderbar, Wunderbar! Du bist so gewaltt! Was ist das? Du warst schon tot, aber dein Kopf gehört trotzdem. Verflechst, wir können zuschlagen. Ich werde nicht zacken. Meine Ohren werden die ganze Woche geklängeln. Ich werde euch leben, meine Maske zu beschränken. Es wird nicht herkommen, Deinemunition. Denkst du, schieß weiter. Bis ihr im Kopf los warnt. Verflechst, wir können zuschlagen. Versteck. Versteck, wir gehen runter. Voll, ihr alte Birne! Ah! Jetzt hast du meine Auflassamkeit! Zu dumm für dich! Blut! 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 Nog! Zuhua! Zerniubt sie, solange sie beteiligt ist. Zurück, Erbsenhirn! Forty Facts heute keine Nachkommen aus Angst. Sie würden ihn anstrengen, zu untersuchen, zu verwerben. Darum hatte ich bestraft, deine Erinnerung aufzulöscht und dich zu einer seiner Dienerinnen gemacht. Den Schwestern der Agonie. Ich will verdammt sein. Leikana, das könntest du mir nicht einfach sagen? Manche Dinge muss man auf die harte Tour lernen. Geht nicht! Autsch! Das tat weh! Mach's gut! Let's pick für dich! Dafür reiß ich dich entstöcke! Jetzt hast du meine Aufmerksamkeit! So dumm, zu dem. Dibge das, da! Achtung! Dafür reiß ich dich im Stöcke. Hey Freunde, rutsch nicht auf dem Hirn dieses Wiedergängers aus. Lass mich schlafen! Zurück, Erbsen-Hirn! Und ein, das wirst du nicht! Und ein, das wirst du nicht! Untertitelung des ZDF, 2020 Du schlägst, ich kann es halt niemals. Ich kann es halt nicht. Du schlägst, ich bin ein bisschen. Ich kann es halt nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich bin ein wenig zufrieden. Ich bin ein wenig zufrieden. Ich bin ein wenig zufrieden. Du hast dir gerade geholfen, die Artefakte zu erfinden, um deine Marionetten auf der Erde zu besuchen. Courtifex hatte genug von deinem Mädchen. Er schwiegte den Rottospiegel und gab ihm den Menschen, die dich in diesem Sumpf gefangen lieben. Das warst du, Courtifex? Ich werde mir das Spiegel so weit in dein Dunkelhelfer schieben. Sie sind dem Erfolg schon zu nahe. Erhebt euch, Wiedergänger! Wir dürfen jetzt nicht schwach werden! Du warst so lahm wie eine Schildkröte. Nicht mal halb so stark! Ich bin nichtмерôt. Ich bin mehr, nieh. Wo? Ich bin nicht hinterher. Ich bin nicht beschweren! Ich bin tatsächlich gerard. Soll ich die Angewangler auch noch enthalten? Vergiss es! Die Maske ist repariert, jetzt reparieren wir euch! Du schlägst härter als die meisten, aber nicht härter als ich! Die Angewangler der Gegner ist einfach süß! Die Angewangler der Gegner sind einfach süß! Oh, jetzt wird es passiert. Schönen! Der Lass mit den Roller! Oh, verflixt. Sie können zuschlagen. Der Nachttorf als Kopfbedeckung war dein Ende. Der Nachttorf als Kopfbedeckung war dein Ende. Der Nachttorf als Kopfbedeckung war dein Ende. Das ist ein Dreißen und Explodiert. Steine Karriere. Du hast es so gewaltvoll. Lass mich schlafen! Dein Hirn hat je eh nichts gewünscht. Oh nein, das wirst du nicht! Ist mir scheißegal, wer du bist. Komm mir blöd und du stirbst! Meine Maske ist wieder herzustellen. Ich stirb! Dämonition! Niederschlöter und Pfeile! Hey! Dafür bist du dran! Falten! Niederschlöter und Pfeile! Niederschlöter und Pfeile! Niederschlöter, denen Sie die Andebatten im Leben! Dafür reiß ich dich ins Stift. Steh doch ein Schmerz! Du schlägst ferner als immer! 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 zu mir. Einfach alles. Seine bodenlose Grausamkeit, was er unserem Kind antat. Mein schwindender Geist, als er mir diese verfluchte Maske aufsetzte. Und was noch schlimmer ist, wie konnte ich das Konstrukt vergessen? Das ist sein wahres Ziel. Er war immer gierig nach seiner Macht. Wenn Cortifax und von Liz Kontrolle über diese Monstrosität erlangen, wird alles und jeder, ob lebendig oder tot, als ihre Marionetten enden. Jetzt, wo das Relikt wiederhergestellt ist, werden wir sie von dem Konstrukt fernhalten. Von dem du sprichst, Saraxis, holen sie es unbedingt vom Podium, meine Verbündeten, und sammeln sie alles andere, was sie gewonnen haben. Ah, wir werden alles für unsere letzte Schlacht im Sand von Ägypten brauchen. Perfekt. Jetzt bin ich bereit. Meine Ohren werden die ganze Woche klingeln. Werd ... schon. Spannende Musik Mom und Mom Vielen Dank.